Ja moin meine aktive Zuschauer, ich bin's wieder, euer SniperinLP. Ja, jetzt kommen wir zum Teil 2 von... ...von zu der Folge von Life is Strange. Und ich würde sagen, wir gehen mal in die Menge. Auf zu Firefall. Firewalk. Uh. Das kannst du laut sagen. Okay. Pfff. 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 Fleck. Pfff. Pffn 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 Ich bin ein Freund von meinem Freund. Where do those stairs go? Uh, up? No. You're awful, Frank. Will I get a better view of the band up there? How the fuck should I know? The floor above's rotted all to hell, okay? No one goes up there. Fine. I'll see you later. Whatever. Oh, Wilson. Gehen wir mal hoch? Half those stairs are rotted through. Looks dicey. Wasp. Can we get a go? Yeah, yeah. Whoo! Yeah, yeah. Yeah, yeah. Of course. It gots right now. Untertitelung des ZDF, 2020 Die 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 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Jawohl, erstmal nach dem Kater einer rauchen, perfekt. Life is strange before the storm, Episode 1, erwacht. So, let's go. 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 siehst du siehst du wassit Blagwell Akademie waa Klui Don't invite Rachel Amber Das ist eine schlussische Wissenschaftsfrau. Liebe Miss Arcadia, dir gehört, dass Feuerburg in der Stadt spielen werden? Ich war an allen Veranstaltungsorten dagegen, aber niemand weiß was. Pseggio2222 Anscheinendlich an allen Veranstaltungsorten Dead Fan Weiß nicht, aber ich leike das Thema mal. Wend Ok Leute, hier ist der Knüller. Es ist eine Privatparty, nicht wie. Ihr seid nicht eingelernt, sondern eher wie, ihr seid besser dran, wenn ihr weg bleibt. Ich weiß, das sorgt nur dafür, dass einige von euch noch schärfer drauf sind, also kommt einfach. Also kommt auf eigene Gefahr. Lasst die ihr eintreten, alle Hoffnungen fahren. Schon mal von Wer müde gehört? Miss Arcadia. Danke, Sarge. Oh Scheiße. Wenn du gehst, guck niemanden in die Augen. Wenn du ihnen in die Augen guckst, guck nicht weg. Wenn du weg guckst, brauchst du jetzt auch nicht mehr auf meinen Rathören. Hahaha. Sieh meine Augen. Meine Augen sind außerirdisch. Toller Film. Doktor. Wovon redest du? Firewalk Forever. Gesandter des Grauens, aber das Original. Doktor. Verstehe, was ist die Mühle? Firewalk Forever. Wie niedlich. Dead Fan. Folgendes Thema. Die Presscodes und die Illuminatis. Nächstes Thema. Spende für die... Erdbebenopfer in Haiti. Okay. Ein QE-3-B2-F. Victoria Schuss hat ein Foto kommentiert, auf dem du markiert bist. Um das zu sehen, klick auf den folgenden Link. Gucken wir mal. Die meisten von ihnen sind nicht gute Gefühl. Oh. Rachel. Firewalk. Trevor Knight. Victoria. Du siehst schön aus. Wie ist sie süß in deiner... Amund Deborah irgendwas. Deborah Borgen, glaub ich. So ein Spaß. Küsschen. Amour. Du hast es drauf. Wer ist Deborah Borgen? Die im Foto mit Rachel. Ah. Rach. Du bist so umwerfend. Ich hasse dich. XOXO. Und wer ist Amon? Alter, das ist Chloe Price. Taylor war wohl schon nicht zu deiner Pyjama-Party gestern eingeladen. Ich habe mich gewundert, wo sie ist. Steph. Baaah. Hehehe. Hehehe. Oh nein. Das war nicht so gemeint. Es hat so viel Spaß gemacht, Alicia. Eine äußerst intelligente Unterhaltung. Hehehe. Hehehe. So. Gucken wir uns mal weiter um. Da liegt ein Hei. Fun fact. Sharkbabies eat their siblings in the wind. Maybe that's why I am an only child. Ach. Chloe. Hehehe. Genie. 인이 so die Präkern. Genie. Nicht so die Präkern. Yea dann würde ich sagen, hau jetzt mein Graffiti rauf. 100% der Schüsse genie ist, ich nehme ein 100%. ich würde ich werde versuchen alles zu erkundigen alles so gut es geht also nicht wundern sooo was gibt es denn hier noch piraten power oh süß ich habe die alle gespeichert du musst das foto löschen auf dem ich tanze nur mit dir lasse ich mich so so gehen frohes 2 monatiges jubiläum elliot ich glaube nicht dass mx bier trinkt das bezweifle ich ja dann ziehen wir dich mal um ne ja ja mal gucken ja ob der typ uns nicht vielleicht schlechter kennen wird oder so oder ob sie dadurch in schwierigkeit kommt weil sie ja gerade das t-shirt geklaut hat ne ne ich lasse es mal sieht geil aus aber ne was haben wir hier ähm blablabla das sieht gut aus aber ich gucke mich eher um ich gucke noch die andere zwei ne nein mhm chloe so gehst du mir nicht raus wenn ihr euch fragt warum ich bonus outfits habe ich habe die 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 deluxe edition glaube ich so heißt die edition da habe ich halt bonus outfits noch dabei wir nehmen das mit dem hotdog hotdog weil ich immer hunger habe ja jawoll so gehst du mir raus so ja wir gehen doch raus alles gut chloe joh ne ja joh jetzt joh 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 Will ich sie noch was? Nein, ok. Okay. Hm. Will ich sie noch was? Nein, ok. Ach, Chloe. So. Nicht so wie das. Nicht so wie das! Leben nach dem Verlust einer Anleitung sich selbst zu vergeben und in die Zukunft zu blicken. Oh Gott. Doch Chloe, du hast Geld. Du hast 200... ...Teller drin. Nein, ich möchte da noch reingucken. Oh Gott. Oh Gott. Ups. Du weißt... Aber ich glaube zu schnell. Na komm. Er soll nicht versteckt werden. So sieht's aus. So sieht's aus. Auch wenn es ihr schwer fällt. Auch wenn es ihr schwer fällt. ... 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 Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Oh, eine neue Neurischte Mama. Ist du mit uns zur Arbeit? Nein, danke. Kommst du irgendwann heute nach Hause? Chloe, du bist zur Sperrstunde zu Hause. Das wird Konsequenzen haben. Oh, oh. Eine Neurischteid? Spann ich, Tessua. Scheiße. Den bestehe ich nur mit Glück. Oh. Lo siento. Nein, ich glaube es war okay. Cool. Was machst du? Nicht viel. Hab nachher was vor. Oh, okay. Hast du Chemie erledigt? Nö. Alter. Das ist das dritte Mal. Ich weiß eh schon alles. Gute Ausrede. Das ist das dritte Mal. Das ist das dritte Mal. 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 Tschau mit Ö. Da dritte Mal. Merch, A,